Digital Night Music Podcast bei Henki, Marco Freudenberg, Nao Rausch und Salvatore Cassata. Hey und willkommen zum Digital Night Music Podcast, heute mit Bruno Anselmo. Ja, der liebe Bruno ist Betreiber der Veranstaltungsreihe The Tribe und spielt des Öfteren im Elferclub. Da findet übrigens auch The Tribe statt am 3.3. und ja, er legt unter anderem auch in der Pracht auf, ist DJ seit 1996 und bei ihm wird ausschließlich Vinyl gespielt. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut doch einfach mal bei facebook.com slash brunoanselmo9. Und jetzt viel Spaß mit dem lieben und genialen Bruno Anselmo hier mit klassischem Vinyl und einem mega fetten Set. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.